Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Schaut mal, was ich wieder schönes Neues besorgt habe. Von Hitchies haben wir saure Drachenzungen-Britzelbälle. Hier unten seht ihr schon, wie sie gleich aussehen werden. Also ich bin gespannt darauf. Dragiertes Fruchtgummi in Kugelform, sag ich jetzt einfach mal, in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Apfelfirsich und die Kirsche hätten wir am Start. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt ihr immer auf damit und raus damit. Na, kommt schon. Okay, ganz witzig. Bin jetzt auf den Geschmack gespannt. Wir probieren sie. Ich bereite den Testteller vor, dann geht's los. So, schon geht es weiter bei mir. Ich habe die komplette Tüte ausgeleert und ihr seht, der Inhalt liegt jetzt hier auf meinem Testteller rechts neben der Verpackung. Ja, das Erste, was natürlich wieder auffällt, ist die ungleichmäßige Verteilung der Sorten. Ihr seht jetzt hier von den Orangen haben wir jetzt nur drei Stück zum Beispiel drin. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, dann probieren wir jetzt mal. Ich habe jetzt einen einfach mal in der Mitte durchgeschnitten, damit ihr sehen könnt, wie das dann von innen ausschaut. Hier ist dann unser Fruchtgummi, ziemlich klebrig. Und dann hier unsere Umhüllung, Umantelung, wie auch immer. Na gut, ich probiere jetzt mal. Ruchlig eigentlich relativ neutral. Und ich beiß rein. Die Schicht, die unser Fruchtgummi umgibt, die ist ja von der Konsistenz auch relativ weich. Kann man gut zerkauen. Ist auch leicht sauer. Also jetzt nicht so sauer, dass es einem das gesamte Gesicht verzieht. Ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Kann jeder essen, würde ich sagen, dazu. Ja, dann im Inneren befindet sich unser Fruchtgummi. Das war jetzt die Kirschsorte. Die ist schon mal richtig lecker. Schön geschmacksintensiv. Kann man sofort erkennen, dass es sich um Kirsche handeln soll. Das gefällt mir. Ich hoffe, die anderen Sorten sind genauso gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche was hier ist. Deswegen probiere ich jetzt einfach mal die orangefarbene Sorte. Das war jetzt die Pfirsichsorte. Auch die ist sehr, sehr lecker. Schön geschmacksintensiv. Auch hier kann man sofort erkennen, dass es sich um Pfirsich handeln soll. Das gefällt mir. Wir machen jetzt weiter. Viel bleibt jetzt nicht mehr übrig. Dann wird das hier Erdbeere sein. Ja, auch die Erdbeere schmeckt mir richtig gut. Auch hier kann man sofort erkennen, dass es sich um Erdbeere handeln soll. Schön geschmacksintensiv. Genau wie die anderen Sorten. So, und dann sind wir jetzt schon bei meiner höchstwahrscheinlichen Lieblingssorte angekommen. Ihr wisst, ich bin Freund des Apfelgeschmacks. Ja, wie erwartet, die letzte Sorte super. Schmeckt schön intensiv nach grünem Apfel. Genauso habe ich mir das erhofft. Perfekt. Also alle Geschmacksrichtungen hier wirklich super umgesetzt. Absolut genial getroffen. Nicht zu künstlich oder was. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal selbst zu probieren. Richtig leckeres Fruchtgummi. Umgeben von dieser sauren Schicht, die da drumherum ist. Ist mal was anderes. Mir schmeckt's. Würde ich mir auch definitiv nochmal kaufen. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Dann gibt es meine Bewertung. Ja, ich hätte es nicht gedacht, dass mir die Sorte wirklich so gut schmeckt. Deswegen vergebe ich auch drei Daumen nach oben. Die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, wie schon erwähnt, alle Geschmacksrichtungen sind wirklich super umgesetzt. Schmeckt nicht zu süß, nicht zu künstlich und auch nicht zu sauer. Wirklich für mich absolut perfekt. Müsst ihr unbedingt mal nachkaufen. Und selbst probieren. Okay, dann war's das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Natürlich auch gerne ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Alles ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Testvideo. Sagt euer Atzenberger.